Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin sehr froh, zu sehen, die Bilder und die Bilder zu sehen. Aber in der Endeffekt ist es ein bisschen besser, dass man nicht die Türbinelle anbieten kann. Das ist doch schade. Wir sehen hier, dass wir hier ein Bücher über die Eau der Fonte des Glaciers sind, das bedeutet, dass der Barrages sehr wichtig sind. Und andere Barrages, die Eau der Pluie sind, das bedeutet, dass der Eau der Flüge ist, das bedeutet, dass der Eau der Flüge höher ist als hier. Das ist eine Bildung des Lannes-Präsidenten, an der gleiche Zeit. Normalerweise sollte es hier sein. Es braucht etwa 15 mètres in Höhe. Die Réserve, wie sie heute ist, hat nicht die ambition, um die importation zu verändern. Vielen Dank.